Team Deathmatch, juhu! Auf der Web die gerade irgendwie fast immer kommt. Guck mal, der normale Charakter oder die Klasse, die du spielst, rennt so schnell, wenn ich drücke, rennt so schnell, da spiel ich mal ein bisschen mit Reiko. Da ist keiner, aber da, aber da, und tschüss Matze. Und hier, auch noch nicht, und da, es leidend mir eh nicht viel. Ist keine Gegner da, haben wir auch Gegner? Ja. Haben wir. Drei Stück. Und ihr auch nicht? Ja. Gegner, wo seid ihr? WTF? Hallo? Keiner wurde gekippt bisher? Keiner. Ich bin also unversichtigt und schloss einer. Wer läuft raus zu dir? Äh, doch nicht. Boah. Schade. Gegenseitig gekehlt. Wie ist noch jemand, oder wenn ich das? Ich wusste grad nicht nur. Pfff, ja, ne? Sehr viele Gegner hier. Ah, kennst du? Hm. Ich hab's ja noch keinen gesehen. Oh, da oben bist du. Fuck. Da sind wir schon. Keiner ist in einem Haupt-Ding. Nur den meine ich. Ich lebe noch. Nee, meine ich doch nicht. Ich lebe noch. Fuck. Aber fast. Noch ein Stück weit rechts gezielt, da ist sein Ziel abgeschossen. Ja, er hat eh kein Leben mehr gehabt. Ich bin gut gehittet. Du bist erster, Nico. Nichts weiter. War auch gut. Ernsthaft, die Granate... Hä? Achso, zwei Granaten. Ich dachte, die war doch nur grau und war doch gar nicht rot. Wahrscheinlich war da nur noch eine zweite gewesen. Oh, das ist ärgerlich. Wird gelaufen. Ja, jetzt läuft's doch. Wollen wir mal borden? Alter, wie hab ich denn geschossen? Mann! Verdammt. Na ja. Stand denn das nochmal raus? Egal. Endlich mal. Mann, ey. Oder? Oh, Alter, das ist das Bon von denen! Ups! Hupsala! Ähm. Hm, natürlich doof. Gutes zu wissen. Nee, ich nicht genau. Ja, noch ein Kill, alter. Du musst das doch. Ja, jetzt läuft's ja nicht mehr. Cool. Ja, jetzt läuft's ja nicht mehr. Er war auch Noobs im Team, ey. Jetzt, wo der einmal nach 50 Runden mal gut spielt, ne? Naja. Was? Nein, ich will nicht machen. Doch wer hat mich geschossen gehabt, oder? Was? Ja. Naja, komm her. Fick dich. Hup, noch 21 Leben. Und die Leber regeneriert sich schon nicht. Da oben war einer. Schwierig, schwierig, schwierig. Dies ist auch ein wenig. Der ist erst, der chillt da oben auf den hohen Positionen. Drohne. Wem noch lebt, Alter, dachte wir tot, da oben. Ah, da oben steht drei Stück. Ist klar. Komm, ich will noch vom Messer. Der hält mir aus. Was war noch mal? Das war noch mal. Das war noch mal. Das ist ein E, wenn man da dran steht, oder? Äh, nein, ein E-Skill. Ich habe schon mal ein Skill aktiviert. Ah, fast Nico. Fast gestimmt. F? F oder was? Alter, keine Ahnung. Ich... Der war so... Das ist nicht wahr, ey. Ich sehe da einen unsichtbaren, den immer vorbeilaufen. Schieß hoch, scheiße. Dass ich mich einfach ein bisschen verbessern konnte. Auf Reichweite. Ich werde schon auf Reichweite was machen, würde ich auch hier. Ich habe den nicht gewundert. Na komm raus. Um uns an den Nico. Achtung. Ja. Zwei. Was? Was? Alter. Das Problem ist... Ja. Ja. Werden im Springer, habe ich auf den Geschopfen mal ganz Magazin leer gemacht. Und wo er gelandet ist, war mein Magazin leer. Und da hat er mich gekillt. Hab ich gesehen. Alter, was für'n Arsch, ey. Doch. Easy Wange. Er hat erst alle drei gemacht, glaube ich, sogar. Ja, ja, hat er. Oh, diese Springer. Ich weiß nicht, wie das geht. Also, bei irgendein Charakter kann das so hoch. Das ist richtig okay. Nee, ich bin halt auf keinen Fall. Oh, Mann, Mann, Mann. Alter, okay. Einen habe ich von... Vier. Alter. Vier Stücke, ey. Ist klar. Hm. Richtig, guck bei mir. Oh, was das? Warte, oh, das ist halt richtig. Richtig geil. Muss man einfach so richtig scheiße. Ja. Ach, come on. Lass mir den übrig. Ja. Mal heute auch ein Kill. Mal noch mal wieder ein Kill. Ach so, du spielst mit? Euren Leute, das hättest du mir sagen müssen. Wir sind zwei, wenn du hinter mir bist. Ja, bin ich. Danke für die Info. Gelöscht. Der eine steht hinter dem Tresen. Na ja, mach ich doch nach. Was? Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, das ist keiner hinter dem Tresen mehr. Und dann ist er schon tot und direkt gerannt. Ja, okay. Der hat sogar noch eine andere Gegend gehabt. Scheiß, Camper hat er von in Ecke gewartet. Das hat er, wie sie so. Ja. Aua, 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 habe ich gestuckt. So, links oder rechts? Oh, das ist doch einer. 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 Ich schieb auf den, ja? Mach dir keinen Schaden. Und der schiebt zweimal. Der Scheiß-Waffern tötet mich. Das ist so krass. Krass. Den habe ich nicht bekommen. Weil die Waffe... Also, die Büro ist halt einfach genervt worden. Richtigart. Das war richtig geil gewesen. Auf Entfernung, kannst du jeden easy killen. Das ist fast unmöglich. Und er schiebt mit irgendeiner Scheiß-Waffe und töten einen fast... Ne, kein Schock. Läuft einfach nicht. Tut man leid. Was? Ich weiß nicht, wir können sogar noch gewinnen. Das ist doch jemand. Ja? Auf jeden. Ja, das versteht mir ein Schuss. Was? Was? Und ob man da lang... Wollen wir schon direkt sterben, wenn man... Oh, einer? Wie schnell die sind? Oh, Gott. So, wenigstens einen. Doch, mal schießen. Nein, Thronhaupt. Bis hier. Oh, Mann. Ich kann jetzt nicht durchlaufen, wo das ein Gegner. Ja. Das ist so unfair. Schnelleren Charakter. Da steht man zu schnell. Hallo. Da lang? Okay. Komm mit. Ja. Oh, da ist einer. Ja, tot. Ich habe nicht gesehen, du warst vor dem... So viel dazu. Ich glaub dir nach. Eine gute Idee. Direkt wurdest du bestraft. Nein, der war ein Gegner gewesen. Wo ist der? Wo ist der? Was? Ich habe es unsichtbar gemacht. Angeblich. Also, Sonntag... Sonntag hab ich bekommen. Der ist einfach von mir irgendwo runtergesprungen. Ja, und hab ich mir gemacht. Den hab ich mal gesehen. Das ist blöd. So, links jetzt direkt. Halt dich noch bei mir hinterher, weil ich kann nichts machen. Weil er zu schnell ist. Also, was heißt zu schnell, aber... Alter, da hüpfen die wieder da durch die Gegend, ey. Dieser Varados. Fickse, ey. Hm. Ey, diese Drohne hat mir so viel Schaden. Ich mach 15 Leben. Ich weiß, die machen noch viel Schaden. Wie können die... Guck mal. Wie können die so hoch springen? Das geht nicht. Ich versteh das. Das ist doch... Das ist doch... Entweder ist das ein Hack... Okay, hab'n. Oh man. Schon gewartet. Entweder ist das ein Hack... Sheet, was auch immer. Oder das geht echt irgendwie mit irgendeinem Charakter. Aber bei mir... Glaub ich nicht. Ja, ich glaub' auch nicht. Das hat ja auch ein Anti-Sheet... Anti-Sheet-System, das Ding hier oder so. Hey Matze. Ja, Varados. Ach cool. Ich hab'n abgelenkt. Nein, hau auf du scheiß Ding! Nein! Boah, ich fahr fast schon. Wahrscheinlich echt schlimm. Ja, war ne scheiß Runde bei mir wieder. Nächste Runde ist besser. Nächste Runde. 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 Nächste Runde.